Die Aussage des Randolph Carter Meine Herren, zum wiederholten Male erkläre ich Ihnen, dass Ihre Untersuchung vergeblich ist. Wenn es Ihnen beliebt, so halten Sie mich auf ewig in Haft. Lassen Sie mich in Ketten legen oder hinrichten, falls Sie ein Opfer brauchen, um die Illusion zu versöhnen, die Sie Gerechtigkeit nennen. Aber ich vermag nicht mehr zu sagen, als ich es schon getan habe. All das, woran ich mich erinnern kann, habe ich Ihnen mit rückhaltloser Aufrichtigkeit erzählt. Nichts wurde entstellt oder verschwiegen. Und wenn etwas unklar bleibt, so ist dies nur der schwarzen Wolke zuzuschreiben, die meinen Geist umhüllt hat. Jener Wolke und den nebulösen Schrecken, die sie über mich brachten. Ich sage es noch einmal, ich weiß nicht, was aus Harley Warren geworden ist. Aber ich glaube, hoffe beinahe, dass er sich im gnädigen Vergessen befindet, falls irgendwo ein so gesegneter Zustand existiert. Es entspricht der Wahrheit, dass ich fünf Jahre lang sein engster Freund und bedingter Teilnehmer an seinen entsetzlichen Nachforschungen im Unbekannten gewesen bin. Obwohl meine Erinnerung ungenau und verschwommen ist, will ich nicht abstreiten, dass der Zeuge, auf den Sie sich berufen, uns möglicherweise gesehen hat, wie wir, nach seiner Aussage, um halb zwölf Uhr dieser furchtbaren Nacht auf dem Gainesville-Berg in Richtung des großen Zypressensumpfes gingen. Dass wir elektrische Laternen, Spaten und eine merkwürdige Drahtrolle nebst angeschlossenen Instrumenten mit uns führten, möchte ich sogar mit Bestimmtheit behaupten, denn all diese Gegenstände waren bei der einen grässlichen Szene von Bedeutung, die sich in mein angegriffenes Gedächtnis eingebrannt hat. Doch was die folgenden Ereignisse und den Grund anlangt, warum man mich am nächsten Morgen allein und im verwirrten Zustand am Rand jenes Sumpfes aufwand, so muß ich daran festhalten, dass ich davon nur das weiß, was ich Ihnen immer wieder berichtet habe. Sie erklären mir, weder im Sumpf noch in dessen Umgebung sei etwas vorhanden, das den Schauplatz für dies entsetzliche Ereignis abgeben könnte. Meine Antwort darauf lautet, ich nahm nur wahr, was ich sah. Mag es Vision oder Albtraum gewesen sein, ich hoffe inbrünstig, dass es eine Vision oder ein Albtraum war, so ist dies dennoch alles, was mir von den Geschehnissen jener furchtbaren Stunden, da wir aus dem Angesicht der Menschen verschwunden waren, im Gedächtnis geblieben ist. Und warum Harley Warren nicht zurückkam, wissen nur er oder sein Geist. Oder ein namenloses Ding, das ich mich außerstande fühle, zu beschreiben. Wie gesagt, wußte ich recht wohl um Harley Warrens unheimliche Forschungen, und zu einem gewissen Grad beteiligte ich mich daran. Aus seiner ungeheuren Sammlung wunderlicher Raritätenbände, die von verbotenen Dingen handeln, habe ich alle diejenigen gelesen, die in einer Sprache verfasst sind, die ich verstehe. Doch sind dies wenige, verglichen mit denen, die in Sprachen geschrieben sind, deren ich nicht mächtig bin. Die meisten, glaube ich, sind Arabisch. Und das vom Versucher eingegebene Buch, jenes, welches das Ende herbeiführte, dies Buch, das er in seiner Tasche mit aus der Welt trug, war in Schriftzeichen geschrieben, wie ich sie niemals zuvor gesehen habe. Warren wollte mir nie genau anvertrauen, was in diesem Buche stand. Ich halte es eher für ein gnädiges Geschick, das dem so ist, denn es handelte sich um entsetzliche Forschungen, von mir mehr aus widerstrebender Faszination, denn eigentlicher Neigung betrieben. Warren beherrschte mich stets, und manchmal fürchtete ich ihn. Ich entsinne mich des Schauders, der mich am Vorabend jenes grässlichen Geschehens beim Anblick seines Gesichtsausdrucks überlief, als er unaufhörlich von seiner Theorie sprach, weshalb bestimmte Leichnamen niemals verwesen, sondern über tausend Jahre hinweg fest und feist in ihren Gräbern ruhen. Doch jetzt fürchte ich ihn nicht mehr, denn ich vermute, dass er Schrecknisse erfahren hat, die sich meiner Vorstellung entziehen. Jetzt fürchte ich um ihn. Ich sage es noch einmal, dass mir jeder klare Begriff von unserem Ziel in dieser Nacht fehlt. Gewiss, es hing eng mit irgendetwas in dem Buche zusammen, das Warren mit sich führte, besagtes alte Buch in unentzifferbaren Schriftzeichen, das ihn einen Monat zuvor aus Indien erreicht hatte. Aber ich schwöre, dass ich nicht weiß, was wir zu finden hofften. Ihr Zeuge sagt aus, er habe uns um halb zwölf Uhr auf dem Gainesville-Berg in Richtung des großen Zypressensumpfes gehen sehen. Möglicherweise stimmt das, doch fehlt mir die deutliche Erinnerung daran. Das Bild, das sich in meine Seele eingebrannt hat, ist das einer einzigen Szene, und Mitternacht muss lang vorbei gewesen sein, denn hoch im nebligen Himmel schwamm ein sinkender Halbmond. Der Ort war ein alter Friedhof, so alt, dass ich vor den mannigfachen Zeichen unerdenklicher Jahre erbebte. Er lag in eine tiefe, feuchte Senke gebettet, von geilen Gräsern, Mosen und sonderbaren Kriechpflanzen überwuchert und angefüllt von einem unbestimmbaren Gestank, den meine eitle Fantasie absurderweise mit verrottendem Stein in Verbindung brachte. Ringsum sprachen die Anzeichen von Verwahrlosung und Hinfälligkeit, und mich beschlich die Vorstellung, dass Warren und ich die ersten lebenden Wesen seien, die in das tödliche Schweigen von Jahrhunderten einbrachen. Über dem Talrand schimmerte zwischen den eklen Dünsten, die aus unsäglichen Katakomben zu dringen schienen, ein fahler, schwindender Halbmond. Und bei seinen schwachen, zitternden Strahlen vermochte ich eine abstoßende Reihung antiker Steinplatten, Urnen, Ehrengräbern und Mausoleumsfassaden zu erkennen, alles auseinanderbröckelnd, moosbewachsen, stockfleckig und teilweise unter der fetten Üppigkeit der ungesunden Vegetation verborgen. Das erste lebhafte Erinnerungsbild, das ich an mein persönliches Zugegensein in dieser grässlichen Nekropole besitze, zeigt mir, wie ich mit Warren vor einer gewissen halb zerfallenen Gruft stehen bleibe, und wie wir einige Lasten, die wir anscheinend getragen hatten, zu Boden fallen lassen. Nun bemerkte ich, dass sich eine elektrische Laterne und zwei Spaten mit mir führte, wogegen mein Gefährte mit einer ebensolchen Lampe und einer tragbaren Telefonapparatur ausgerüstet war. Es fiel kein Wort, denn Ort und Aufgabe schienen uns bekannt, und ohne Aufschub griffen wir zu unseren Spaten und begannen damit, Gras, Gestrüpp und verwehte Erde von der flachen archaischen Begräbnisstätte zu entfernen. Als wir die ganze Oberfläche freigelegt hatten, sie bestand aus drei gewaltigen Granitplatten, traten wir einige Schritte zurück, um die Grabesszenerie zu überblicken, und allem Anschein nach stellte Warren ein paar Überlegungen an. Dann ging er zur Gruft zurück, und indem er seinen Spaten als Hebel benutzte, versuchte er, diejenige Platte hochzustemmen, die einer Steinruine, die früher wohl ein Monument gewesen sein mag, am nächsten lag. Er schaffte es nicht und forderte mich auf, ihm beizustehen. Endlich gelang es unserer gemeinsamen Kraftanstrengung, den Stein zu lockern. Wir drückten ihn hoch und kippten ihn auf die Seite. Das Entfernen der Platte deckte eine schwarze Öffnung auf, der eine Unmenge so ekelhaft miasmatischer Gase entströmte, dass wir vor Entsetzen zurückwichen. Nach einer Weile jedoch näherten wir uns der Grube wieder und fanden die Ausdünstungen weniger unerträglich. Unsere Laternen enthüllten das obere Ende einer steinernen Treppenflucht, die von irgendeinem abscheulich eitrigen Blutwasser des Erdinnern troff und von feuchten, salpeterverkrusteten Mauern umgrenzt wurde. Und jetzt verzeichnet mein Gedächtnis zum ersten Mal gesprochene Worte. Warren, wie er sich ausführlich mit seiner sanften Tenorstimme an mich wendet, eine Stimme, die von unserer furchtbaren Umgebung eigentümlich ungestört klang. Ich bedauere, daß ich dich bitten muß, an der Oberfläche zu warten, sagt er, aber es wäre ein Verbrechen, jemand mit deinen schwachen Nerven dort hinuntersteigen zu lassen. Nicht einmal aus dem, was du gelesen hast oder was ich dir erzählt habe, vermagst du auch nur zu ahnen, welche Dinge der Erledigung durch mich harren. Das ist Teufelswerk, Kater, und ich bezweifle, ob irgendein Mann ohne eiserne Nerven es jemals durchstehen könnte und lebend und bei Sinnen wieder heraufkäme. Ich will dich nicht beleidigen, und der Himmel weiß, wie heilfroh ich wäre, dich bei mir zu haben, aber in gewisser Weise trage ich die Verantwortung, und ich könnte unmöglich ein Nervenbündel wie dich nach dort unten schleppen, wo wahrscheinlich Tod und Wahnsinn lauern. Ich versichere dir, du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Ding das in Wahrheit ist. Doch ich verspreche dir, dich per Telefon über jeden Schritt zu unterrichten. Du siehst ja, daß ich genug Kabel mitgebracht habe, um zum Mittelpunkt der Erde und wieder zurückzureichen. Noch immer klingen mir diese kaltblütig gesprochenen Worte im Gedächtnis. Und noch immer entsinne ich mich meiner Einwände. Ich schien wie versessen darauf, meinen Freund in jene Grabestiefen zu begleiten, doch er zeigte sich unerbittlich standhaft. Einmal drohte er damit, die Expedition abzubrechen, falls ich hartnäckig bliebe. Eine wirkungsvolle Drohung, denn er allein besaß den Schlüssel zu dem Ding. An all das kann ich mich noch erinnern, obwohl ich längst nicht mehr weiß, nach was für einem Ding wir suchten. Nachdem er meine widerstrebende Einwilligung in seinen Plan erhalten hatte, hob Warren die Drahtrolle auf und stellte die Instrumente ein. Auf sein Nicken hin ergriff ich eines davon und setzte mich auf einen altertümlichen, fleckigen Grabstein nahe der jüngst freigelegten Öffnung. Dann schüttelte er mir die Hand, schulterte die Drahtrolle und verschwand in diesem unbeschreiblichen Beinhaus. Eine Minute lang konnte ich das Glimmen seiner Laterne sehen und auch das Rasseln des Drahtes hören, den er hinter sich zu Boden gleiten ließ. Doch bald verschwand der Schimmer so unvermittelt, als hätte die Treppe eine Biegung gemacht und fast ebenso schnell verstummte das Geräusch. Ich war allein, und dennoch verbunden mit den unbekannten Tiefen mittels dieser magischen Drähte, deren isolierte Oberfläche unter den schwankenden Strahlen des sinkenden Halbmondes grünlich glänzte. Im Schein meiner elektrischen Lampe sah ich unablässig auf die Uhr und lauschte mit fiebernder Ungeduld in den Empfänger, doch über eine Viertelstunde vernahm ich keinen Laut. Dann gab das Gerät ein schwaches Klicken von sich, und mit fester Stimme rief ich nach meinem Freund dort unten. Obwohl ich darauf gefaßt war, wurde ich trotzdem durch die Worte überrascht, die aus der unheimlichen Gruft mit erregterer und bebenderer Stimme, als ich sie jemals zuvor von Harley Warren vernommen hatte, heraufdrangen. Er, der mich erst vor kurzem so ruhig verlassen hatte, rief jetzt mit einem zitternden Flüstern, das scheußliche als der gellendste Schrei klang. »Oh Gott, wenn du sehen könntest, was ich sehe!« Ich vermochte nicht zu antworten. Ich konnte nur sprachlos abwarten. Dann erklangen diese wahnsinnigen Töne wieder. »Kater! Es ist furchtbar! Monströs! Unglaublich!« Diesmal versagte mir die Stimme nicht, und ich überschüttete den Sendeapparat mit einer Flut aufgebrachter Fragen. Erschrocken wiederholte ich die Worte »Warren, was ist es? Was ist es?« Erneut erscholl die Stimme meines Freundes, noch immer heiser vor Furcht und jetzt offensichtlich von Verzweiflung gepackt. »Ich kann es dir nicht sagen, Kater! Es ist jenseits allen Verstehens! Ich wage es nicht, es dir zu sagen! Kein Mensch könnte mit diesem Wissen leben, großer Gott! Das hätte ich mir nie träumen lassen!« Wiederum Stille, nur durchbrochen von meinem jetzt wirren, schaudernden Fragestrom. Dann Warrens Stimme im Tone tiefster Bestürzung. »Kater! Um Gottes Willen! Schieb die Platte wieder drauf! Und verschwinde von hier, wenn du kannst! Schnell! Lass alles andere stehen und liegen und lauf nach draußen! Es ist deine einzige Chance! Mach, was ich sage! Verlange keine Erklärung von mir!« Ich verstand, konnte aber dennoch nur meine ungestümen Fragen wiederholen. Um mich herum lagen die Gräber, die Dunkelheit und die Schatten. Unter mir eine Bedrohung jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft. Doch mein Freund schwebte in größerer Gefahr als ich und neben der Angst machte sich ein vager Groll darüber breit, dass er mich für fähig halten sollte, ihn unter solchen Umständen im Stich zu lassen. Mehr klicken und nach einer Pause ein jämmerlicher Schrei Warrens. »Hau ab! Um Gottes Willen! Schieb die Platte wieder drauf und hau ab, Kater!« Etwas an der knabenhaften Ausdrucksweise meines hilflosen Gefährten gab mir die Handlungsfreiheit zurück. Ich fasste einen Entschluss und schrie, »Warren, reiß dich zusammen! Ich komme runter!« Doch bei diesem Angebot schlug die Stimme meines Zuhörers in einen Schrei äußerster Verzweiflung um. »Tu's nicht! Das begreifst du nicht! Es ist zu spät! Und meine eigene Schuld! Schieb die Platte drauf und renn! Was anderes kannst weder du noch sonst wer jetzt noch tun!« Wiederum wechselte der Tonfall. Diesmal gewann er den sanfteren Klang hoffnungsloser Resignation. Dennoch schien er mir weiterhin von Angst geschüttelt. »Rasch! Ehe es zu spät ist!« Ich versuchte nicht, auf ihn zu achten, versuchte, die Lähmung, die mich umfangen hielt, abzustreifen, um mein Versprechen einzulösen, nach unten zu gehen und ihm beizustehen. Doch sein nächstes Geflüster fand mich immer noch von den Ketten eiskalten Entsetzen zur Untätigkeit gefesselt. »Kater! Schnell! Es ist sinnlos! Du musst verschwinden! Besser einer als zwei! Die Platte!« Eine Pause, verstärktes Klicken, dann Warrens schwache Stimme. »Fasst vorbei jetzt! Mach's nicht noch schwerer! Deck diese verfluchten Stufen so und lauf um dein Leben! Du vergeudest Zeit! Mach's gut, Kater! Werd dich nicht wiedersehen!« Hier steigerte sich Warrens Flüstern zu einem Schrei. Ein Schrei, der allmählich zu einem Gebrüll anschwoll, in dem sämtliche Schrecken aller Zeiten aufklangen. »Verflucht sei dieser Teufelsbrut! Legionen! Mein Gott! Hau ab! Hau ab! Hau ab!« Danach herrschte Stille. Ich weiß nicht, wie viel endlose Äonen ich betäubt dasaß. Flüsternd, murmelnd, rufend, brüllend in dieses Telefon. Immer und immer wieder, während diese Äonen flüsterte, murmelte, rief, schrie und brüllte ich, »Warren! Warren! Antworte mir! Hörst du mich?« Und dann begegnete mir der Schrecken, der allen anderen die Krone aufsetzte. Das Unglaubliche, Undenkbare, fast Unnennbare Ding. Ich habe gesagt, dass, nachdem Warren seine letzte verzweifelte Warnung ausgestoßen hatte, Äonen zu verstreichen schienen, und dass nur meine eigenen Schreie die grausige Stille zerrissen. Doch nach einer Weile klickte es wieder im Empfangsteil, und ich bemühte mich, etwas zu hören. Wieder rief ich nach unten, »Warren! Hörst du mich?« Und als Antwort vernahm ich das Ding, das meinen Geist in diese Wolke hüllte. »Meine Herren, ich versuche nicht, dies Ding zu erklären, diese Stimme. Ich sehe mich auch nicht in der Lage, sie detailliert zu beschreiben, denn die ersten Worte raubten mir die Besinnung und schufen eine geistige Leere, die sich bis zu dem Zeitpunkt meines Wiedererwachens im Krankenhaus erstreckt. Soll ich sagen, die Stimme sei tief gewesen, hohl, gallertartig, entfernt, überirdisch, unmenschlich, körperlos, was soll ich sagen? Es war das Ende meines Erlebnisses, und es ist das Ende meiner Geschichte. Ich hörte sie und wusste nichts mehr. Hörte sie, als ich auf diesem unbekannten Friedhof in der Senke versteinert dahockte, inmitten zerbröckelnder Steine und zerfallender Gräber, der wuchernden Vegetation und der miasmatischen Dünste, hörte sie aus den innersten Tiefen dieser verdammungswürdig offenen Gruft heraufquellen, als ich formlose, aasfressende Schatten beobachtete, die unter einem verwünschten, schwindenden Mond tanzten. Und dies ist, was sie sagte. »Du nah, Warren ist tot.«